Böse, alle Kinderwitze mit eurem Namen, aber sie werden immer kritischer. Alle Kinder haben Edelmetalle in ihren Handys, außer Josefine, die muss in die Miene. Es fängt schon viel zu kritisch an. Alle Kinder finden 7% Inflation, krass, außer Kira, die bezahlt noch mit Lira. Okay, das will ich nicht machen. Alle Kinder trinken nur ein Bier, außer Nicole, die ist schon seit 11 Uhr voll. Freunde, trinkt bitte kein Alkohol. Alle Kinder schauen der Verfolgungsjagd zu, außer Lara, die ist der Fahrer. Fast schneller. Alle Kinder bekommen genug Essen, außer Anton, der ernährt sich von Plankton. Anton hat sogar öffentlich abonniert. In die nächste Folge könnt ihr nur reinkommen, wenn ihr abonniert habt. Alle Kinder versuchen, vom Tiger zu fliehen, außer Isabella, die ist zum Glück schneller. Jawohl, du schaffst das. Alle Kinder fliegen mit einem Airbus in den Urlaub, außer Luca, der fliegt mit einer Stuka. Ach du!